Servus und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Video hier am Raum... Kanal vom Spielraum. Ja, am YouTube-Kanal vom Spielraum. Das ist die Becci, ich bin der Matthias und das hier sind zwei Lorkana-Decks. Starter-Decks. Jawohl. Für ein zu blaues Meer. Wunderbar gelesen. Und mit denen bepflegen wir uns jetzt gleich. Yes. Du darfst Go-Go Gadget spielen, was auf Englisch mehr Sinn macht. Genau. Hier ist es jetzt Go-Go Trixie und ich spiele natürlich das Jim Hawkins Tiger... Tiger Deck. Ganz. Tiger Digger Deck. Jim Hawkins Digger. Tiger Deck. Ja, ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich habe jetzt echt schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt, aber mach ja nichts. Vor allem gegen dich nicht, ich habe eine sechs gewürfelt. Das ist unterdurchschnittlich. Tja. Nächsten. Aber nicht so schlecht wie du. Natürlich drei gewürfelt. Ui, 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 ui. Müssen wir da natürlich jetzt alles lesen, was man da so hat. Ja, wir müssen mal schauen, was die Karten überhaupt können, weil wir beide nicht wissen, was die Karten können. Ein paar von den alten, die schon aus den anderen Sachen sind, ja okay, aber wahrscheinlich... Okay. Aber das kennen wir schon mal. Ja, ich tue da jetzt nichts mal, ich mache auch nichts, starten wir einfach rein. Ich darf beginnen. Bitte sehr. Ich beginne und ich mache, ich muss mal kurz gucken, welcher der zum meisten Sinn macht. Passt. Ich mache den, ich mache den, ich mache den, ich mache den Goofa zur Tinte und für eine Tinte spiele ich den Michael Darling. Okay. Fair enough. Ich werde einen Fred-Maskottchen am Tag zur Tinte machen und ich spiele Jokai, Professor. Professor Jokai. Okay. Der ist auch einfach 2-2. Der ist 2-2 einfach so. Genau wie deiner. Genau wie meiner. Gut, dann ist er hier mal trocken. Wir ziehen die nächste Karte. Ist der ein Pirat, natürlich. Natürlich ist der ein Pirat, der hat ein Holzschwert in der Hand auf einem Schiff. Also wenn der keiner ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, das macht halt irgendwie ein bisschen mehr Sinn, erst später, finde ich, aber ... Okay, aber mach es jetzt nicht. Du bist so schlau. Na gut, machen wir aber trotzdem. Also ich mache den, das, egal, ich mache mal das Bernstein-Chromikon zur Tinte und für eins hole ich das Puh-Piratenschiff. Ach ja. Genau. Nimm einen Piraten aus einem Ablagestapel zurück auf deine Hand, wenn ich drei Tinte dafür bezahle. Jawohl. Und dann geht der Michael Darling für eins eine Legende sammeln und du bist dran. Sehr freundlich. Dann, ich werde mal diesen Stitch hier zur Tinte verwandeln und dann werde ich, weil ich einen Erfinder im Spiel habe, meinen Baymax für nur zwei ausspielen. Oh, den kannst du nämlich ... Für eins weniger ausspielen, wenn ich einen Erfinder habe. Okay. Und dann wird mein Yo-Kai-Professor dein Darling hier abräumen. Oh je, der Arme. Wiederschauen. Wiederschauen reingehauen. Bitte sehr. Dann geht es weiter. Okay. Entferne bis zu einem Schaden von einem anderen Charakter deine Wahl ausgezeichnet. Wenn ich zwei Tinte bezahle. Man darf nicht aussagen, sonst kommt er gleich. Der Marshmallow Man. Ich mache den Rabbit zur Tinte und für drei hole ich den Tigger. Okay. Der sagt es hier, ich bin wendig. Und jedes Mal, wenn ich eine Aktion ausspiele, erhält dieser Charakter in diesem Zug plus eins Schaden und sammelt eine Legende mehr. Dann geht es nämlich an weiter, oder? Ja. Vielen Dank. Aha, was macht das? Das wirkt auch interessant. So, ich werde einmal hier für zwei erkunden gehen. Das macht Sinn. Einmal, zweimal. Dann werde ich Bamax-Gesundheitschip zur Tinte machen, weil ich habe den Bamax ja selber. Da brauche ich seinen Chip nicht. Aber den Chip muss man in den Bamax reinmachen, damit er überhaupt weiß, was er kann. Oh, Prinz Philipp. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich mache Prinz Philipp. Ja. Was kann denn der? Der ist behütet. Der ist behütet. Drei, zwei. Und kann zwei Legenden sammeln. Ist immer noch einer meiner Lieblings-Disney-Prinzen. Okay. War es das bei dir? Das war es schon bei mir. Sehr gut. Der Tigger ist ready. Der glänzt sogar, der Tigger. Ja, ja. Gehen wir mal anschauen. Funkel, Funkel. Der ist ja auch einer der Face-Karten. Aha. Von diesem schönen Spiel. Das stimmt. Ich hoffe natürlich, dass ich bald den Jim Hawkins ziehen werde. Das hoffen wir alle. Okay. Dann machen wir, was hat denn der? Drei, zwei. Der Philipp. Okay. Der ist schon nicht so schwach. Wir spielen, oder was kann das noch? Das macht jetzt keinen Sinn. Für drei spiele ich, diese Insel zog ich aus dem Meer. Durchsuche dein Deck nach einem Ort. Zeige diesen allen Mitspielenden und nimm ihn auf deine Hand. Mische danach dein Deck. Was? Es gibt einen Ort-Toter. Ja. Sehr wild. Ein Ort auf meine Hand. Na bitte sehr. Ja? Durchsuche mal deinen. Ich durchsuche mein Deck. Genau. Nach einem Ort. Kann ich mir den Ort aussuchen, oder das ist der erste, den ich finde? Du kannst ihn dir aussuchen. Darf ihn mir aussuchen? Ja. Okay. Ich lege es nur mal raus, damit ich weiß. Welchen Ort du nehmen kannst. Genau. Welche ich überhaupt alle drinnen habe. Der Tiger hat jetzt auch schon seinen Effekt bekommen. Genau. Der hat jetzt auch einen Effekt bekommen. Eine Aktion gespielt. Okay. Perfekt. Ich glaube, die wird es. Ich glaube, andere Orte habe ich eh nicht drinnen. Wir schauen noch mal. Die Schädelinsel. Die Schädelinsel wird es werden. Yes. Okay. Aber ich habe noch einen. Ach. Rattenzahnsparty. Die habe ich zweimal in Enchanted. Way to brag about it. Ja, passt. Okay. Ich nehme den Schattenschädelfelsen. Darf ich dir mal anschauen, was der macht? Der Schädelfelsen kostet zwei Tinte. Eins zum Hinbewegen. Charaktere an diesem Ort erhalten plus eins Stärke. Zu Beginn deines Zuges, wenn du mindestens ein Pirat an diesem Ort hast, sammelst du eine Legende. Der ist ja nicht so schlecht. Ja, schon cool. Dann legen wir das hier auf den Ablaufstapel. Magst du noch einmal so durch, das ist so mit dir so cool. Kann ich einmal so durch. Genau, mach das so mit diesem. Wie du das immer so cool hast. Riffel, Raffel. Ja, warte. Riffel, Schaffel. Spielraum. Ich glaube, ich habe ihr auch ganz gut okay. Genau das. Das ist so cool. So. Perfekt. Genau, der Tiger hat jetzt durch diese Aktion, die ich gespielt habe, die Insel, die ich aus dem Meer zog, kriegt er plus eins Angriff und eins mehr Legende. Ich werde das aber natürlich zum Legenden sammeln nutzen. Gehe mit ihm questen auf drei und du bist dran. Tinte magst du keine machen? Habe ich keine Tinte gemacht? Nein, hast du nicht? Ah, ich habe wirklich keine Tinte gemacht. Ja, dann mache ich den Wegweisen zur Tinte noch. Okay. Ja. Kostet die Schädelinsel zwei? Äh, die Schädelinsel? Die kostet zwei, ja. Ach so, das andere, was du da angeschaut hast, hat das kostet. Genau, die hat neulich. Genau. So, dann machen wir da alles bereit. So, den Basil machen wir gleich mal zur Tinte. Der ist traumatized. Hast du den Sinn? Hypnotized. Dann kommt hier der Ben. Der ist auch so großartig. Vier, drei und kann unterstützen. Wow. Und kann zwei Legenden sammeln. Das ist stark. Ich werde aber hier einfach mal mit beiden meinen Charakteren sammeln und gehe insgesamt schon auf sechs Legenden. Das ist wirklich viel. Dann bist auch schon du dran. So, jetzt brauche ich mal irgendwas zum Hinhauen, damit mal dein Prinz Philipp und dein BMX wissen, wer hier der Babo ist. Man muss immer wissen, wer der Babo ist. Okay. Das ist ja richtig. Ach so. Ja, gut. Machen wir folgendes. Okay. Wir machen den Fixit Felix zur Tinte. Chausen. Chausen, Fixit Felix. Für zwei holen wir die Schädel Felseninsel. Jawohl. So, zu Beginn deines Zuges, wenn du mindestens ein beratendes im Ort hast, sammelst du eine Legende. Genau. Da war ja was. Das macht ja was. Das macht was. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich halt den Charakter spiele. Du musst dich entscheiden. Dann kann ich halt nicht mehr den Tiger dahin moven, weil das kostet mich halt eine Tinte. Das ist halt blöd. Aber bei einig ist es dann eh egal. Okay. Nein, wir moven für eins auf jeden Fall mal den Tiger darüber. Jetzt habe ich leider keine Aktion zum Ausspielen, weil sonst hätte der Tiger vielleicht irgendwie mal was hinhauen können oder sowas. Aber der ist eher mehr, finde ich, für das Legenden sammeln da. Ich kann leider jetzt gar nichts machen. Ach so, doch. Er kriegt eins. Eins kriegt er. Eins kriegt er. An diesem Ort. Ja, ist aber in dem Fall eher mau. Ja. Macht ma jetzt nicht. Der macht eh keinen Angriff. Das passt. Wobei Ben macht vier. Mein Ort ist sehr gefährdet. Scheiße. Ist ein gefährdeter Ort. Ist ein gefährdeter Ort. Die Legende darfst du auch noch bekommen. Ja, die bekomme ich auch noch. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte… Magst du auch lieber den Charakter ausspielen? Nein, nein, das passt schon. Es ist schon. Passt schon so? Ich glaube, es ist okay. Okay. Weil du musst dann zumindest hinhauen und dann ist eine Runde gesaved so ein bisschen mit Dings, ja. Okay. Wer ist er? Aha. Der ist ja spannend. Wir werden das folgendermaßen machen. Ich werde hier mit meinem Ben erkunden gehen für zwei. Okay. Die unterstützen Fähigkeit. Das heißt, ich kann die vier Stärke dem Prinz Philipp geben. Ja. Der hat jetzt sieben Power. Und haut die Insel weg. Und haut die Insel einfach kaputt. Ja. Ich mach die Insel kaputt. Und der Benex sammelt wieder Legenden. Dann… Das ist nicht gut, Leute. Das schaut nach einem keinen guten Match für mich aus. Und dann haben wir noch Alistair Krei, den wir zur Tinte machen. Und dann haben wir natürlich wen? Goofy. Oh. Den Schiffsbau-Experten. Ja, okay. Ciao, Papa. Die Runde ist gegessen. Wiederschauen. Weiter geht's. Ich glaub, das wird nichts mehr, Leute. Das war, glaub ich, eine sehr gute Kurve von mir, muss man sagen. Ja. Und du hast einfach richtig gut gezogen. Das stimmt. Ach Gott, ich zieh nur scheiße, leider. Einzertrop, Intu Dreiertrop, der günstiger geworden ist. Intu Die, die perfekt gegen das funktioniert. Und jetzt hab ich den auch noch. Das ist wirklich gut. Das sieht sehr gut aus. Ich quest die nächste Runde auch schon für neun. Das ist schon absurd. Das war dann wahrscheinlich schlecht, den zu tinten. Eigentlich hätte ich vielleicht doch zuerst sie spielen sollen. Wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. Dann hätte ich nächste Runde schon gewinnen können. Ich mach den Darling. Dann, ja, ist halt blöd. Für drei den Micky. Und solange dieser Charakter an einem Ort ist, erhält er bloß zwei. Passiert ihr auch eher nicht. Ja, leider. Und dann hole ich noch die Jasmin dazu. Und jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, verlieren alle beginnerischen Mitspielenden je eine Legende. Du hattest halt auch den. Der kann halt nicht zuhauen. Der kann leider nicht zuhauen. Der kann nur hauen, wenn halt eine Aktion spielt. Wenn ich eine Aktion spiele. Ich habe leider die eine oder andere Aktion, die ich hatte, habe ich halt zur Tinte gemacht. Musst du halt. Vielleicht hätte ich das auch, vielleicht hätte ich lieber den Micky machen sollen. Entscheidungen über Entscheidungen. Aber, na gut. Ich gehe zumindest mal mit dem Tiger noch questen. Und du bist dran. Und auf fünf Legenden. Dann mache ich hier alle bereit. Was macht die hier? Das wird dir wohl nicht passieren, dass das was macht. Deswegen werde ich die Clarabella zur Tinte machen, weil das ist nicht mehr Handgarten als ich. Das passiert nicht mehr. Wie machen wir denn das? Ich werde Hefflump und Wusel ausspielen. Ein gegnerischer Charakter, der Nawal, kann in seinem nächsten Zug nicht erkunden. Scheiße. Warum kriegst du genau so einen Ding? Dann werden wir den Tiger nehmen und ich ziehe eine Karte. Okay. Was macht er? Okay, egal. Ich spiele noch Dr. David Wasden. Wasden? Wasden. Und dann werde ich für neun erkunden. Eieiei. Und dem Dr. David Wasden kann ich behütet geben. Ja. Dann gebe ich dem auch noch behütet. Okay. Und gehe auf 19 Legenden. Entschuldigung. Du wolltest schon, da war schon die 20 da. Bitteschön. Okay, top decken wir jetzt. Ja oder nein. Fragen über Fragen. Du spielst sogar rot. Du könntest sogar... Seid bereit. Genau. Das wäre schön. Um dann eine Tinte zu wenig zu haben. Hm. Das ist alles Arsch. Aber machen wir trotzdem mal, wenn wir lustig sind. Also für zwei spiele ich diesen wunderbaren Ruh. Den du so sympathisch findest. Was ich so sympathisch finde. Der gibt einem Charakter meiner Wahl bis zur nächsten Runde minus zwei. Mhm. Also minus zwei Angriff. Ich ähm... Behütet, behütet, behütet. Der haben alle behütet. Ja. Ach, das ist ja mal kacke. Du kannst auch den minus zwei geben. Ja, das macht keinen Sinn. Ja, dann gehen wir einfach hier den Ben da. Mhm. Der hat dann nur mit zwei Hinhauen. Mhm. Dann... Ja. Ja. Kann ich eh kein... Also ich meine... Ich kann halt mit dem Mickey Mouse... ...haue ich halt einmal noch auf den Prinz Philipp ein. Mhm. Dann ist der zumindest weg. Ja, halt noch so drei Aui. Mhm. Denken wir es noch einmal zu Ende. Dann gehe ich einmal mit der Jasmin erkunden. Mhm. Zwei. Du verlierst eins. Warte, falsche Richtung. Apolo. Du verlierst eins. Der Tiger kann nicht erkunden. Erkunden kann er schon. Nein, du hast ihm doch irgendwas gegeben, dass er das nicht kann, oder? Ach so, stimmt. Ja, ja. Entschuldige, das habe ich auch noch gemacht. Ja, ja. Der kann nicht erkunden gehen. Der kann weder fetzen noch erkunden gehen. Ich habe jetzt auch nichts. Ja, das war es wohl. Ja. Schade. Das war aber richtig schnell. Das war richtig schnell. Der B-Max hat viel gemacht. Das stimmt. Das war echt hart. Und wenn der Runde zwei gleich kommt. Unangenehm. 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 Aber gut, ist ja nur das erste, erste Runde. Es ist ja noch nichts verloren. Nein, nichts verloren. Außer die erste Partie. Ja, gehört dazu. Muss ich. Jetzt müssen wir dir das auch mal ein Erfolgserlebnis gönnen. Das stimmt. Das stimmt. Sonst immer, wenn wir Starter-Decks spielen. Ich glaube, du hast bisher nur einmal gewonnen. Also ein komplettes. Gut möglich. Ich möchte es nicht verneinen. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich weiß, dass ich ganz sicher einmal gewonnen habe. Ja, ja. Ich glaube auch, weil da waren wir so, wow, du hast mal gewonnen. Also das immer definitiv. Ich weiß so, dass ich Marius Fischhaken hatte. Und Emotionen, in der Becky ausgelöst habe. Holy shit. Das war eine schlimme Folge. Da habe ich fast beschlossen, nie wieder herzukommen. Dann hat sie gleich die nächste gewonnen. Dann war es okay. Ich muss das hier noch irgendwie so reinschauen. Möchtest du wieder anfangen? Natürlich. Weil ich habe verloren, jetzt fange ich auch wieder an. Okay. Then here we go. Hoppala. Das sind schon zwei Karten. Sieben an der Zahl. Ja, das fühle ich jetzt. Also, Entschuldigung Leute, das habe ich gerade so gezogen. Schau nicht hin, aber ich seh jetzt das. Also, ich habe das nach der Reihe so gezogen. Das ist ja unlustig. Ich erzähle dir danach, was ich Lustiges gezogen habe. Das ist ja furchtbar. Ah, das ist furchtbar. Ich behalte das trotzdem. Wir behalten eh. Alle gären sie es dafür, weil sie nicht wählen. Okay, ich beginne. Bitte sehr. Ich mache einen Björn zur Tinte. Ciao Björn. Und für eins hole ich Vajana, die autodidaktische Seglerin. Ja, aber dieser Charakter kann nicht herausfordern, außer du hast mindestens einen Kapitän im Spiel. Okay. Also, ihr 3-2 ist zwar geil, aber nur, wenn jetzt gleich Käpt'n kommt. Ja, beziehungsweise sie wird halt auch nicht so leicht rausgefordert selbst. Ja. Wie machen wir denn das? Gehen wir es mal langsam an. Ich werde den Fett zur Tinte machen. Ja. Dann bist du dran. Wirklich? Ja. Spannend, okay. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Na gut, ich mache den... Den finde ich spannend. Ach, irgendwie blöd. Aber ich mache den Benni zur Tinte. Den zweiten Elch. Den haben wir leider nicht. Aber wobei. Und für zwei hole ich den Klaus Starling. Der ist nur ein Pirat. Kein Kapitän. Der ist kein Kapitän. Aber die Vajana kann zumindest mal für eins Questen gehen. Okay. Und du bist dran. Sehr freundlich. Aha. Was macht das? Ich werde... Das sieht alles nicht so toll hier aus. Ach, das freut mich, dass du das sagst. Ich werde einen Stitch zur Tinte machen. Ja, den haben wir schon einmal in der Tinte gesehen. Den magst du nicht? Und was kommt denn für zwei? Und Gogo Tomago spielen. Gogo Gadget Mobil. So, die ist wendig. Die ist wendig, genau. Und was war nochmal das? Ich könnte zwei Tinte spielen, wenn man sie ausspielt. Ah ja, das war das. Und den Schaden auf einem Gegner schrauben. Und so viele Agenten bekommen. Aber das passiert leider nicht. Das haben wir schon gesagt. Okay, passt. Dann bin ich? Jawohl. Sehr schön. Alle ready machen hier Tinte. Wir ziehen eine Karte. Ja gut. Ich mache den Fix-It Felix zur Tinte. Und für drei hole ich die Jasmin. Die ist wieder, wenn sie questen geht, dann verlierst du eine Legende. Dann alles schlimm. Genau. Und ich gehe mit dem Klaus und mit der Vajana questen und du bist dran. Okay. Gogo Tomago. Tomago, was sehr O. Witzig. Es ist halt immer so gut, wenn wir Starter-Decks halt das erste Mal spielen. Es ist mal die Konzentration. Was können die Karten alles? Was kann das eigentlich? Warum wollen wir dies? Ich werde mal den Heihei. Oh, ciao Heihei. Es gibt wieder einen, hätte mich ja gewundert. Ja, muss, muss. Wenn der nicht wieder am Start gewesen wäre. Ich werde da mal herausfordern, da zwei Schaden machen. Du musst mir auch einen schaden. Und dann werde ich... Dann werde ich... Wenn die Next spielen und zwei Schaden haben, ich habe noch keine Ahnung. Bein und B-Max spielen. Ja. Achso, weil sie Erfinderin ist, gell? Ah, verdammt. Schon wieder frech. Aber trotzdem. Was kann das Institut? Ah, ich lege das nicht. Ah, legst du es nicht. Okay. Ich sage weiter. Du sagst weiter. Okay. Ich lege das Institut nicht. Das Institut kommt nicht. Das ist zu schlecht, das Institut. Fürchte ich. Ich ziehe eine Karte. Machst du es gleich kaputt. Das wäre nicht so gut. Schade. Schade Schokolade. Ja, eigentlich ist das schon cool, aber irgendwie will ich das jetzt auch nicht... Schade, das ist mir schade. Ich tinte. Die hat das öfter ein Problem, als man denkt, das mit dem Tinten. Ja, vor allem, wenn du es gerade nicht so... Aber eigentlich macht sie eh Sinn. Es wäre eigentlich gut, wenn ich sie spiele, aber dann denke ich mir, die ist irgendwie auch ganz nett. Und dann denke ich mir wieder... Wer hätte ich... Na gut. Egal. Wir machen die Gazelle jetzt zur Tinte. Bestes. Bester Film. Für drei hole ich den Rattenzahn. Aha. Was macht der? Der hat plus zwei Angriff, wenn er beschädigt ist. Okay. Also dann ist er eine 3,5. Mhm. Und für eins hole ich mir noch den Winnie-Pooh-Gegenstand. Mhm. Das Boot. Und ich habe bisher leider immer noch keinen Kapitän am Start. Was blöd ist. Aber it is what it is. Und ich würde jetzt mit dem Klaus-Darling... Mhm. Gehe ich in deine Tomago. Die ist wendig. Ach, scheiße, die ist wendig. Fuck, das habe ich vergessen. Ah. Ungut. Ah, Klaus. Du Loser. Du Loser bist nicht wendig. Na gut. Aber dann gehe ich mit der Jasmin für zwei Questen. Eins, zwei. Mit der Mariana gehen wir auch für eins. Und dann... Ja. Der Bo, der kann irgendwas heilen. Entferne einen Schaden für zwei Tinte. Aber ist wurscht. Gehen wir mit dem Klaus ja auch nochmal. Mhm. Auf sieben. Und dann bist du. Okay. Vielen Dank. So. Okay. Dann werden wir... Na, was werden wir? Das Institut zur Tinte machen. Doch zur Tinte machen. Okay. Dann werde ich vier spielen. Boah, was kommt jetzt für vier? Was kommt da jetzt? Und Honey Lemon spielen. Ja. Wenn ich den Charakter... Also es kostet zwei. Ja. Und wenn ich den Charakter ausspiele, darf ich zwei bezahlen, was ich mache. Ja. Um alle gegnerischen Mitspieler eine Karte aus ihrer Hand auswählen und abwerfen zu lassen. Nein. Das war mein Wendy-Charakter. Scheiße. Tschüss, Tiger. Tschüss, Tiger. Ja, na gut. Dann... Aber immerhin kein Schaden heilen, das ist schon mal gut. Kein Schaden heilen, genau. Aber ich werde mit dem trotzdem den Klaus abräumen. Ciao, Klaus. Ciao, Klaus. Chausen, Klausen. Dann wird mein P-Max zwei Legenden sammeln und dann bist du dran. Okay, dokey. Perfekt. Keine Handkarten. So habe ich das am allerliebsten. Ich auch. Hm. Das ist so... Das ist so unnädig. Aber jetzt kann ich auch nichts tinten. Ich will es halt auch nicht tinten, weil eigentlich finde ich es ganz nett, aber halt erst später. Aber gut. Dies, wo die dies. Das ist blöd, dass der P-Max keinen Schaden macht. Jetzt kann ich mit meinem Rattenzahn halt nicht reingehen, um so ein bisschen Aui zu kriegen, damit er dann ein bisschen stärker wird. Aber ist ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Geht einfach alle... Alle Questen. Alle Questen. Ich kann eh nichts anderes machen. Mhm. Es sind dann vier. Eins, zwei, drei, vier. Und für drei kann ich ja meinen Gegenstand, also meinen Puh-Gegenstand benutzen. Da kann ich nämlich einen Parat aus meinem Alter zurück auf meine Hand nehmen. Und wir nehmen uns den Tiger zurück auf die Hand. Mhm. Aber eigentlich... Ja, wir nehmen den Tiger, das passt schon. Okay. Und du bist dran. Sehr freundlich. Ich habe jetzt nur überlegt, das dort hinter zu machen und den zu holen und nochmal zu spielen. Ist der Tiger ein Kapitän? Der Tiger ist leider kein Kapitän. Der ist eine Sagenstalt, Held, Tiger. Also er ist ein Tiger und ein Pirat. Auch kein Kapitän. Nein, nein. Ah, habe ich dir eine Legende weggenommen für die Jasmin? Nein, hast du nicht. Nehme ich dir noch schnell eine Legende weg. Tun sie das. Das ist alles hier sehr unerfreulich, muss man sagen. Oh nein, das letzte Spiel wird es dann entscheiden, Leute. Ich werde mal hier zwei Legenden sammeln. Ja, tu das. Dann werde ich einen Pliqli spielen. Pliqli heißt der. Pliqli und werde sie erschöpft in meinen Tintenvorrat legen. Ja, das kann der. Wenn du diesen Charakter ausspielst, wähle einen Charakter und lege ihn verdeckt und erschöpft in deinen Tintenvorrat. Wild. Das ist wirklich wild. Dann wird mein B-Max nochmal zwei Legenden sammeln. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Okidoki. Wir readying alles wieder. Tschak, 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 tschak. Pirateschiff. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ich ziehe eine Karte. Ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Was hat denn der Pliqli? Drei, vier. Das ist schon stark. Ich habe auch leider nichts, was den... Ah, eigentlich ist das cool. Jetzt bin ich gespannt. Eigentlich hätte ich die gerne ausgespielt, aber YOLO, Leute. Wir machen Bernstein zur Tinte. Für drei spiele ich jetzt den Tiger. Ah, eigentlich sollte ich bis nächste Runde daraufhin warten. Aber wenn ich die jetzt spiele, dann kann nächste Runde... Also ich spiele es halt jetzt schon. Es wäre halt gescheiter, es als nächste Runde zu spielen, damit ich es halt für den Tiger nutzen kann. Aber das ist Rettungstruppe auf geht. Zähle deine Charaktere im Spiel. Ein Charakter deiner Wahl verliert so viele Angriffe wie diese Anzahl zu Beginn meines nächsten Zuges. Das heißt, ich kann das dann in Pliqli geben. Also null hat der dann. Und das heißt, er kann nicht angreifen. Und jetzt war halt eben meine Überlegung, warte ich nächste Runde oder gebe ich es lieber gleich. Aber so muss ich keine Angst haben. Ich glaube, das ist so besser wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass es so besser ist. Und ich gehe auch nochmal... Ich meine, wobei vielleicht fetze ich auch mal in... Also mit der kann ich ja nicht fetzen. Vielleicht fetze ich auch mal in deinen Bemex da rein zumindest. Weil der macht immer zwei. Aber egal, ich bin schon so weiter. Aber anders ist fix besser, weil so gehst du auf 15. Ja, eins, zwei, drei, vier, 15. Genau, und das nächste Runde fünf. Ja, was schon besser ist. Was schon nicht so schlecht ist. Ja, ja, ja. Dann schauen wir, ob ich da noch irgendwas ziehen kann oder ob du 15 machst und gewinnst. Okay. Der Blicklid ist auf null. Zero, null. Dann ist natürlich die Frage... Der kann nicht fetzen. Können wir das irgendwie... Drehen. Ich hoffe nicht. Drehen, drehen, drehen. Hast du mir eine Legende weggenommen? Nein. Danke. Der wird mal Heffelump und Wusel singen. Die kann in deiner Runde nicht erkunden. Ja. Und ich ziehe eine Karte. Ich markiere sie mir. Das ist schon mal blöd. Aber vielleicht ziehen wir eine Aktionskarte, die wir ausspielen können. Und dann kann der Ticker für zwei gehen. Der BMX erkundet. Oder was anderes kann er nicht machen. Eine vorige Runde doch noch, dass wir uns eine Tinte. Und dann spielen wir auch hinaus. Doch etwas mehr Tinten sollen. Dann hätten wir die Runde einen anderen Charakter ausspielen können. Bitteschön. So, jetzt schauen wir, was passiert oder nicht passiert. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Ja. Es ist eine Aktion. Es ist eine Aktion, ja. Sehr nice. Für zwei wieder Rettungstruppe. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Dann nochmal eins, zwei, drei. Ah nein, wieso? Zwei. Drei, vier. Aha. Vier, es geht sich nicht aus. Ich habe zwei ausgeschalten. Na dann. Alles gut. Okay, aber das ist trotzdem gut. Ja, kannst trotzdem nochmal mit dem Abstellen halt. Ja. Wir machen das auf den... Warte mal, der Bleeckly ist jetzt durch. Ja, die sind beide einfach drei, vier. Ja. Ich überlege nur gerade, weil wenn ich dann mit dem, dann hat er nur noch zwei. Das ist wahrscheinlich trotzdem besser, den zu schrumpfen. Ja. Weil dann muss ich mich mit dem angreifen und der questet für mehr. Das heißt, du willst, dass wenn der questen geht, das heißt, den Bleeckly schrumpfen ist das beste. Schrumpfen wir mal den Bleeckly, definitiv. Der Digger geht jetzt für zwei Erkunden. Eins, zwei. Die Vajana geht Erkunden für eins. Und ja. Die Ersmin kann nicht Erkunden. Dann haut die halt ein auf den Bleeckly. Hat der zwei Schaden. Und mit dem Rattenzahn gehen wir auf eins. Warte, ich habe noch drei. Machen wir noch, rüsten wir noch unsere Dinte für das Piratenschiff und holen uns noch den Klaus. Auf die Hand. Klaus, Klaus, Klaus. Ah, auf die Hand. Stimmt. Das war das Vaterkarte. Okay, dann ist mein Zug. Ja, dein Zug. Jetzt kann nochmal alles rumgerissen werden. Ich habe schon mit 19 Lohr auch verloren, also. So, der kann nicht fighten und die anderen machen fürchte ich auch zu wenig Schaden. Der ist wendig. Was, der ist wendig auch noch? Ja, der ist wendig. Dann gewiss du diese Partie. Hätte noch gerne, oh, schau, es wäre jetzt ein John Silver als nächstes geworden. Jedes Mal, wenn dieser Charakter kundet, darfst du einem anderen Charakter einen Schaden zufügen. Wenn du das tust, mache den Charakter bereit. What? Achso, den Charakter machst du bereit. Ja, den Charakter. Nicht ihn. Nein, ihn, den John Silver, oder? Ich glaube, den Charakter einen Schaden zufügst, oder? Wenn du dies tust, mache den Charakter bereit. Ja. Achso, ja. Macht mehr Sinn. Mache den, nicht diesen. Den, diesen. Babam. 20. Ja, war jetzt wirklich. Letzte Runde. Letzte Runde. Jetzt geht um alles. Jetzt bin ich nervös. Und ich erst. Gratulation, Spieler 2 hat gewonnen. Ich muss das noch schöner. Jetzt einmal noch. Ich werde die letzte Partie anfangen, wenn es in Ordnung ist. Ausnahmsweise. Sehr freundlich. So. Go, go, Gazzetto. Sorry, ich bin so. Ich möchte das wirklich gescheit einmal durchmixen. Ich habe immer das Gefühl, manchmal einfach, es ist schon wichtig. Naja, sicher. Mischen ist immer wichtig. Mischen ist wirklich ein Ding. Mischen ist immer wichtig. Ich hatte vorhin übrigens gezogen, die Karten. Ja. Nach der Reihenfolge, wie ich sie gezogen habe. Eins, zwei, drei, vier. Von den Kosten her. Das ist sehr praktisch. Und vor allem, wirklich auch so nach der Reihe. Eins, zwei, drei und vier. Das war so witzig. Vier, fünf, sechs, sieben. Boah, da muss ich jetzt aber schon. Okay. Behalten wir wieder. Jawohl. Behalten wir auch, wenn es kack ist. Na, wenn es kack ist, dann kannst du natürlich etwas weggeben. Ich werde behalten. Okay. Ja, ich glaube, ich muss schon. Ich hätte die einfach auch gerne mal gespielt, aber es ist halt so ein bisschen ... Was nicht sein soll, soll nicht sein. Ja, wäre besser, wenn die, glaube ich, mal durch sind. Ich gebe die alle zu ... Ich glaube, es ist keine gute Entscheidung, aber ich schaue mal mal. Das ist tryhard hier. Tryhard. Nicht tryhard, aber zumindest ein bisschen ... Das ist ja ... Gescheiter. 1-1 wird der Herr Diplom-Ingenieur informiert. Steht es. Spannende letzte Partie. Yes. Du darfst beginnen. Jawohl. Und ich beginne mit Hefelump und Wusel als Tinte. Ja. Und was spielst du aus? Und mache dann ... Yo-Kai Professor Callaghan. 2-2. Jawohl. Bitteschön. Okay, ich bin dran. Gut. Mhm. Ich mache eine Prinzessin Jasmin zur Tinte. Mhm. Und für 1 spiele ich Rabbit, empörter Pirat. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Schaden von deinem Charakter deiner Wahl entfernen. Habe ich halt noch nicht, aber ... Ja, kann ja noch werden. Kann ja noch werden. So da, dann werde ich Hefelump und Wusel ... Ja, schon wieder, okay. ... zur Tinte machen. Das hat sich aber bisher ... Eigentlich war das immer recht gut. Einmal Legenden sammeln. Ja. Und dann werde ich Tante Cass ausspielen. Der größte Fan. Ja. Dann bist auch so gleich du dran. Kann die sonst noch was? Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, erhält ein Erfinder deiner Wahl ... In dem Zug plus 1 Legenden. Das ist schon, in einem Deck, wo du nur Erfinder hast. Es wäre doch eine Schande, wenn dieser Yo-Kai kein Erfinder wäre. Ja, wirklich. Na gut. Wir machen das Bernstein-Chromicon mal wieder zur Tinte. Und für zwei hole ich mir den Klaus. Der hat vorhin eigentlich schon ganz okay performt. Und mit dem Rabbit gehe ich einmal Legende sammeln. Und du bist dran. Vielen Dank. So da. Ich habe halt echt viele Charaktere, die nur einen Schaden machen. Und das ist Pilastro. Pilastro. So, Tante Cass wird eine Legende sammeln. Natürlich geht die. Wir werden ihm plus eine Legende geben. Ja, dann geht er für zwei. Dann wird er für zwei Legenden sammeln gehen. So, dann werde ich die gute Trixie zur Tinte machen. Und dann werde ich eine Clarabella ausspielen. Und wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person mehr Karten auf der Hand hat als du, darfst du eine Karte ziehen. Verdammt. Dann bist du dran. Ich ziehe eine Karte. Kurve, Kurve. Vielleicht hätte man die. Ah, weiß man nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, ich verstehe das. Alles schwierig. Zeites Spiel hier. Ich mache einen Klaus zur Tinte. Recht dir, ein Klaus. Ein Klaus reicht mal. Für drei hole ich den Ratenzahn. Ach, den schon wieder. Den schon wieder, ja. Dann ist irgendwie... Maja. Ich muss diese Tante Cass wegkriegen, aber kriege ich nicht weg. Muss ich dann mit allen dreien draufhauen. Ich habe wirklich... Also, ich sehe das, ja. Also, ich habe wirklich... Das ist ja ein Trauerspiel. Ein bisschen ein Ranzi-Bär. Ja, schon. Aber zumindest... Machen wir es halt so. Ich hau mit dem Klaus und mit dem... Dings, nein, ich hau nicht... Ja, genau. Also, ich schaue auf deinen... Genau. Genau, passt. Okay, hast du eh gegeben. Gut, gut. Schön, dass wir uns da einig sind. Und dann bist du. Sehr freundlich. Ich bin so aufgeregt, ich will nicht gegen Matthias verlieren. Aber an dieser Stelle müssen wir kurz dazu sagen, dass wir diese Folge aufnehmen um 22.27 Uhr. Also, es ist sehr spät. Und mein Gehirn funktioniert ja schon den ganzen Tag, ja. Und jetzt muss ich es hier nochmal... Unter Beweis stellen. Unter Beweis stellen und meinen Hirnschmalz anstrengen. Normalerweise liege ich schon im Bett, oder? Nein, ich mache mich gerade bettfertig normalerweise. So, Clarabella... Fetzt mein Klaus. Fetzt einfach so dein Klaus. Bitch. Kennt sie gar nichts. Naja, ist okay. Tante Käse ist die größte Fan und geht für eins. Questi, Questi. Und auf die Petrol... Also, ich werde hier nochmal ein Mal Tint legen. Ja. Genau. Für vier. Kommt sicher wieder eine F. Auf die Petroligkeit der Lage aufmerksam zu machen, werde ich einen Wasabi legen. Ah, den Wasabi, so hieß der genau. Der ist nämlich auch ein Erfinder. Ja, und wendig, oder wie? In meinem Zug. Ist er wendig. Hat er wendig. Okay. Bitteschön. Es könnte auch noch, wenn ich den ausspiele, ein Gegenstand verbannen und der, der den Gegenstand hat, kriegt eine Legende. Mhm. Aber es hat niemand einen Gegenstand. Naja. Okay. Wir machen einen Rabbit zur Tinte. Mhm. Und für vier. spiel ich einen Goofer. Mhm. Der ist zwar dicky. Der ist düggy. Aber der kann nicht catchy. Leider. Boah, das ist so blöd. Die Clarabella hat auch noch zwei. Es passt hier wieder alles zusammen. Es passt wirklich ursuper zusammen. Es ist hier alles perfekt. Es ist wirklich frech. Ja, ich hau einmal mit dem Rattenzahn auf die Tante ein. Dann hat er halt einen Schaden. Die arme Tante. Aber er kriegt plus zwei. Dann hat er drei, gell? Ich mache ihm drei Angriff. Hier so. Best für drei hin. Best jetzt für drei. Ja. Und du bist dran. Hier ist alles wie am Schnürchen läuft hier. Ich glaube, könnte das nicht besser zusammenziehen. Das ist wirklich wieder Schwein. Und zwar werde ich ein Alistair-Krei zur Tinte machen. Dann werde ich eine Clarabella spielen. Du hast eine Karte mehr als ich. Ja. Darum werde ich eine Karte ziehen. Eine Karte ziehen. Dann werde ich für eins... Spiele ich einen Ort? Das Institut? Werde ich Sonnenschein spielen. Aha, was kann dir? Wenn ich den Charakter ausspiele, kann ich ein Tinte bezahlen, was ich jetzt mache. Ja. Dann kann ich einem Charakter meiner Wahl in diesem Zug zwei Stärke dazugeben. Dazu? Das werde ich der Clarabella geben. Ja. Und dann wird die Clarabella deinen Rattenzahn angegriffen. Dann ist er weg. Boah, Mann, Matthias. Da läuft echt alles rund hier. Was macht Tante Käse? Ja, die gibt plus eins Legende jedem Erfinder. Genau. Was ist Wasabi? Wendig. Und ein Erfinder. Ja. Dann werden wir noch zwei einkaschen. Nee. Dann, bitte sehr. Oh, Kacke. Jetzt muss schon was Gutes kommen, Leute. Alles smooth gelaufen hier. Geh bitte. Nur Schaß. Jedes Tinte ausgenutzt. Diese Clarabella sind schon sehr gut, muss man sagen. Ja. Vor allem, wenn man anfängt halt, ne? Weil damit hast du automatisch immer mehr Handkarten als ich. Ich brauche nicht minus zwei. Ich kann jedem Arsch minus zwei Angriff geben, aber ich brauche mal minus zwei hintenrum. Hintenrum, ja. Ist halt echt so. Der macht einfach nichts, aber der ist einfach nur fett. Der ist nur fett, ja. Der kann nichts außer fett sein. Gopher. Zimmermann des Schiffs. Dabei hat er einen Hammer. Ja. Da bringt man nichts. Zimmermann des Schiffs. Boah. Das bringt's. Bis zum wann? MVP Sonnenschein. Beginn meines nächsten Zuges. Beginn meines nächsten Zuges. Aber dann kann ich, das kann eben sein, das bringt mir eigentlich auch nichts Scheiß drauf. Was brauche ich, die kleinen Kacklinger da? So, die Gazelle kommt wieder zur Tinte. Dann kommt für zwei wieder der Ruh. Und der gibt einem minus zwei bis zu meinem nächsten Zug. Und minus zwei gebe ich dem Wasabi. Und für nochmal drei hole ich die Jasmin. Und mit dem Goofy, Goofa. Goofy, Goofy. Gehe ich zwei Kosten. Jawohl. Du bist. So, die hat die Tante fetzen sollen, glaube ich. Was ist mit eins? Die Tante. Die hat dir nichts getan. Hm. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, ich glaube, das ist die sicherste Oriente trotzdem. Ich werde hier für eins. Dann werde ich hier für zwei. Mhm. Und dann werde ich jeweils hier für eins, zwei. Gehe ich auf 13. Schirr, Leute, ist das. Und dann werde ich Honey Lemon ausspielen und du musst eine Karte abwerfen. Nein, Matthias, nein. Nein, Matthias. Ich habe wirklich alles am Start. Nein. Das wäre so mein Trumpf jetzt noch ein bisschen gewesen, weil dann hättest du so zwei Fette wegmachen müssen. Und das wäre vielleicht dann noch irgendwie noch so ein bisschen, aber na gut. Bitteschön. Ich hasse alles. Vor allem, ich ziehe nur Scheiße. Hier. Die Becky hat lauter gute Karten am Start. Boah, wirklich? Nein, das ist nur Kacke. Voll für den Arsch. Vielleicht hat er da schon zwei und die kriegt er dann auch bloß eins. Mhm. Ach. Aber die gibt es, glaube ich, nur je einem, oder? Einer Finder. Ach so, eine. Ja, okay. Nur ein Erfinder. Gut, 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 gut. Gut. So, dann ist alles trotzdem Arsch. Selbst wenn ich das jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, wenn ich das singe, dann kriege ich das, aber das bringt mir eigentlich auch nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich muss irgendwie, müssen wir jetzt mal meiern. Gut. Ciao, Tante. Ciao. Ja, passt, so. Tante verabschiedet sich, hat genug geleistet. Perfekt, so. Für drei spiele ich diese Insel, zog ich aus dem Land und schaue jetzt nochmal wegen dem Ort. Ich habe ja diese zwei Orte, diese Felseninsel, genau. Und was war das andere nochmal? Was konnte denn das? Da. Jedes Mal, wenn dein Charakter an diesem Ortsentzug einer gegnerischen Person verbannt wird, sammelst du ein Legende. Hm. Hm. Das ist, glaube ich, irrelevant. Hm. Plus eins Angriff. Die kosten mich auch zwei gleich. Und dann fetzt du mir die wieder weg. Wurschke ist einfach questen. Ja, Wurschke, ich nehme trotzdem die Schädelinsel. Die Schädelinsel, ja wohl. Das muss ich nochmal durchmischen. Nicht, dass ich mir merken würde, was für Karten da in welcher Reihenfolge waren. Da mutet man mir einfach zu viel zu. Der Patrick lacht einfach aus dem Off, weißt du? Ja, ja. Das ist ja die eigentliche Frechheit. Okay, und dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Bist du auf 18 auf jeden Fall. Ja, dann schmeißen sich trotzdem der Gufer und ich muss zumindest eine da wegkriegen. Auf den Sonnenschein. Ja, kriegen beide einen Schaden, gell? Mhm. Und du bist dran. So, da. Mein Deck hat delivered. Ja, wirklich. Das ist ja... Ich habe kein einziges Mal Jim Hawkins spielen können oder irgendwas von meinen großen, coolen Karten. Ich habe nur so einser Kacka. Bei denen werden wir mich noch zu einer Tinte machen. Ja. Dann werde ich hier mal sammeln auf 17. Ja. Dann werde ich für eins den Fred spielen und für fünf den Primus von Quark. Bitteschön. Ja, okay. Meier. Also außer der kommt jetzt. Erfekt gezogen. Ja. Okay, wartet jetzt mal, Leute. Das kann auch spannend werden. Jetzt, Leute. Jetzt. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Passt auf. Ich fühl's jetzt. Mhm. Schau, für zwei spielen wir Fixit Felix. Mhm. Und der sagt, wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens einen Ort im Spiel hast... Kannst du eine Karte ziehen. Kann ich noch eine Karte ziehen. Jawohl. Das heißt, nochmal die Chance. Rip it. Seid bereit. Mau ist Fischhaken. Hey, fuck! Nein! Das gibt's doch gar nicht. Zu wenig Tinte. Ja, ich meine, es ist wurscht. Es ist ja wirklich wurscht, weil ich krieg dir den Primus nicht weg. Ja, der ist nämlich auch nochmal optimal halt. Ja. Aber es wäre trotzdem schön gewesen. Ich hätte zumindest den Kokosnuss spielen können mit Rasant. Der hat sogar Rasant. Ja. Das heißt, ihr zumindest da jetzt dir wegfetzen können. Close. Schade. Aber warte mal. Mein Deckerlein. Denken wir das trotzdem nochmal zu Ende. Pass auf. Wir machen jetzt nicht mehr. Wir denken jetzt trotzdem zu Ende. Es ist egal, wie ich zu Ende denke. Weil selbst... Ich habe jetzt noch drei Dinger. Und den Fixit Felix. Okay, ich mache jetzt mal drei. Und ich mache alle zum Schädelfelsen. Okay. Jetzt haben die alle bloß einen Fetzen mehr. Pass auf. Also wir kriegen den Primus. Das Problem ist, die kann mir ja eine Legende stehlen. Ja, genau. Aber ich kann halt vier sammeln selbst, wenn du alle wegfetzen solltest. Ja, das geht auch nicht. Vor allem, ich brauche dann alle zum Fetzen. Ich kann mit ihr nicht den. Egal. Machen wir trotzdem. So, die geht jetzt für zwei. Dann verlierst du eine Legende. Ich kriege zwei dazu. Mhm. So. Ja, aber ich kriege nicht einmal einen weg. Ich muss mit zwei auf eine gehen. Zwei. Zwei. Ja. Ich meine, ich kann die wegmachen halt so. Oh, der war einmal. Goofa geht. Sag mal, als Dingens. Aber es geht sich alles hinten und vorn nicht aus. Weil der Ruh haut dann an. Na, schade. Na gut. Well. Knappe Partie. Schade. Wäre das nächste Jahr noch irgendwas Cooles gewesen? Nein, schade. Nur Schaß. Was soll ich mit dem ganzen Dreck? Da war wirklich, also. Also, ganz ehrlich, du hast einfach. Der Start war halt super. Ja. Gleich den Start. Dann Karten nach der gleich ausgeglichen vom schnellen Start. Dann habe ich deinen fetten Becher, den du gehabt hast, abrüsten können. Dann die Kombination auch, die deine eine Handkarte wegnehmen können. Ja. Ich hätte die Dante auch viel früher wegmachen sollen. Aber schau, es ist wirklich schwierig, weil die Karten... Das ist echt schön ausgegangen bei mir. Die Karten... Gut, vielleicht hätte ich den... Habe ich den Michael schon gehabt? Nein. Der hätte wenigstens noch zwei gehabt, aber ich habe halt wirklich wenig... Du hast halt nur ein Powerdinger gehabt. Und dann hast du den gehabt. Ja. Und dann habe ich ihn aber gleich abstellen können. Und das ist wirklich... Also, das Deck hat wenig Karten, die nur so Eins- und Zweier scheißen. Das ist ja urschwierig gegen... Weil auch der halt, der macht so... Okay, der andere hat halt weniger zum Hinhauen. Okay, ist aber wurscht. Ich hau ja eh nicht hin. Du haust mich nicht, ja. Ich meine, unterstützen, wenn der Puh halt gekommen wäre, das wäre halt super gewesen. Ich hatte halt kein Unterstützen. Jedes Mal, wenn du den Charakter erkundet, zahlst du eins weniger für den nächsten Piraten. Das ist halt zu spät gekommen. Ja, und das wäre auch geil, diese ganze Synergie. Was, Eule? Eule habe ich kein einziges Mal gesehen. Eule, Beule. Wo ist er? Jedes Mal während deines Zuges, wenn eine Karte in deinen Tinten vorgelegt, erhält dein gegnischer Charakter in der Wahl bis zum Minus wieder. Ich kann nicht urschwächen, aber es ist ein... Aber mehr Fetzen wäre gut gewesen, Alter. Fetzen, ja, oder was diese... Wo ist der Hawkins? Den wollte ich erst spielen, erst mal. Das, deswegen hast du eigentlich verloren, weil er nicht aufgetaucht ist. Ja, weil er nicht kommen ist. Da, einmal John Silver. Der wäre auch gut gewesen. Der kann Schaden schießen. Wo ist der wirklich? Hast du überhaupt im Deck? Hast du den rausgetan? Ich finde den nicht. Er ist einfach nicht am Start. Da ist er. Da wäre das Kommen. Er versteckt sich zu sehr. Der hätte nämlich Beschützen und eine Mannschaft und überhaupt und supi. Naja. Na gut, man kann nicht immer gewinnen. Manchmal verliert man auch. Es waren spannende Spiele. Ja. Becci, vielen Dank fürs Spielen. Ja, ich danke dir. Euch danke fürs Zuschauen. Ihr könnt, wie immer, Kommentare unter dem Video hinterlassen. Ihr könnt uns, dem Spielraum und der Becci auf allen möglichen sozialen Kanälen folgen. Der Becci nämlich wo? Entschuldigung. Zu schnell gefragt. Das ist mir erst mal vergutzt. Auf Twitch, Instagram und YouTube bin ich auch als JustBecci zu finden. Voll. Okay, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im Spielraum in Wien. Bis dahin sagen wir ciao, ciao. Ciao, servus. Perfekt. Dieses Ding, also der Trauer mit dem war. Du hast das stärkere Deck dieses Mal gehabt. Mein Trauer war halt auch perfekt. Ich habe halt im ersten und im dritten Spiel immer komplett.